Jo Leute was geht, willkommen zum zweiten Video des Tages. Ich wollte euch nur sagen, erster Link in der Videobeschreibung kommt jetzt zum Chaos Community Discord Server. Das ist unser Discord Server und ab jetzt, wenn ihr das Video seht, ist hier bei R.E.P. unser Server eingestellt, wo ihr euch bei der Polizei bewerben könnt. Allerdings, wenn ihr einen anderen Beruf machen wollt, müsst ihr euch bei der Polizei bewerben. Also was heißt bewerben? Nicht bewerben, sondern ihr müsst ja bei der Polizei Bescheid geben, dass ihr zum Beispiel jetzt, auch wenn ihr Räuber seid, müsst ihr es halt anmelden, dass wir ungefähr wissen, was wir haben an Leute. Ihr dürft auch gerne, wenn ihr euch selbstständig macht, einen eigenen Discord Server nutzen und bei Save hier bei Eigenwerbung reintun und so. Und ja, wie gesagt, Leute, ihr könnt euch selbst sofort bewerben. Die Bewerbungsphasen sind jetzt offen, auch hier. Bewerben für R.E.P., da geht ihr einfach hier rein, in Vorlage, nehmt diese Vorlage, kopiert sie euch, geht hier rein, einfügen und dann gebt ihr alles ein. Und hier, hier bitte oben, eure echten Daten eingeben. Also Kevin, 15, ähm, smf, flimser, R.P. Erfahrung, ja. Und hier von eurem Charakter, wie soll er heißen, zum Beispiel, ähm, Leon, ähm, Busch, zum Beispiel, Alter, 25, äh, gibt dir irgendein Geburtsdatum ein und dann hier einfach noch irgendwas von eurem Charakter ergänzen. So, dann schickt ihr das hier rein und wir werden das bearbeiten. Ähm, auf jeden Fall, Leute, macht das gerne. Wir freuen uns über jeden und wie gesagt, dann könnt ihr hier drauf gehen, auf den Server, boom, äh, boom. Und dann kommt ihr hier drauf, geht ihr hier auf den Server, bewerben. Und dann trägst du hier drauf, wird den Ticket erstellt, musst du warten. Und dann kommst du das gleiche hier, bam, einfügen. Wird dir so geschickt, dann musst du es kopieren. Bam, einfügen, wieder ausfüllen. Boom, so. So. Und so ungefähr soll es ausschauen, Leute. Dann füllt ihr das aus und dann, wenn wir euch angenommen haben, ihr bekommt doch die Rollen, die Ding, dann, äh, hier, Chat, könnt ihr was reinschreiben. Hier, wie gesagt, könnt ihr reinschreiben. Jo, ich mach mich selbstständig. Schreibt rein, wir überprüfen das, passt, müsst ihr nur sagen, was. Als, als YouTuber. So, ähm, dann hier, wenn ihr angenommen wurdet, erhalte, ja, ich so, ich hab hier auch noch Infos. Äh, ab 15 Uhr, genau. Dann könnt ihr ab jetzt bewerben. Ähm, hier müsst ihr stempeln, das heißt, ich hab jetzt rein, ich fange an zu arbeiten. Ich, mach, feierabend, oder irgendwie so, dass wir halt wissen, wann ihr angefangen habt, wie lange gearbeitet haben. Wir arbeiten daran, dass wir Geldsysteme machen können, dass ihr was bekommt natürlich. Arbeiten, ich schreibe da rein, äh, geh auf, streife, so, passt. Dann hier, das seht ihr nicht. Info für die Mitarbeiter, falls irgendwas Spezielles ist. Die Funksprüche, ganz wichtig. Die geben wir durch, die müsst ihr euch ganz dringend durchlesen. Hier könnt ihr auch immer schön. Auf jeden Fall im Großen und Ganzen war es das jetzt mit diesen Server, Leute. Ich hoffe, das Video war einfach mal non-tief. Ich hoffe, ihr kommt gerne rein, wie gesagt, erste Link in der Videoschreibung kommt hier zum Chaos Community Discord. Dann geht ihr einfach hier drauf und geht in den Server rein. Haut rein, bis denne, euer ChaosDocker. Ciao.